Grüß Gott, liebe Zuschauer. In unserem Elektrizitätskurs haben wir uns bisher immer nur mit Stromkreisen mit nur einem elektrischen Bauteil beschäftigt. Heute beschäftigen wir uns mit den Gesetzmäßigkeiten bei Stromkreisen mit mehreren elektrischen Bauteilen. Es gibt dazu zwei grundlegende Schaltungsmöglichkeiten und Sie kennen dazu viele gebräuchliche Anwendungen. Ich nehme an, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro auch mehrere Geräte über eine Vielfachsteckdose angeschlossen haben. Und diese Geräte funktionieren dann völlig unabhängig voneinander. Das zeigt, dass jedes dieser Geräte unabhängig von den anderen an die volle Netzspannung von 230 Volt angeschlossen ist. Und das sieht man auch, wenn man eine Vielfachsteckdose öffnet. Dieser Kontakt dieser Steckdose hier ist mit jedem anderen Kontakt der anderen Steckdosen elektrisch verbunden. Damit sind die einzelnen Stromwege durch die Geräte voneinander völlig unabhängig. Man spricht von einer Parallelschaltung. Auch bei einer modernen Halogenbeleuchtung handelt es sich um eine Parallelschaltung. Mit einem Trafo wird die Spannung von 230 Volt auf 12 Volt herunter transformiert. Deshalb ist es erlaubt, nicht isolierte Leitungen zu verwenden. Jede dieser Lampen ist unabhängig von den anderen angeschlossen und sie muss für eine Betriebsspannung von 12 Volt ausgelegt sein. Der Strom durch die Lampe ist unabhängig von den anderen Lampen und nur definiert durch den Widerstand dieses Lämpchens. Es ist also durchaus möglich, Lampen mit verschiedener Helligkeit zu verwenden. Sie wissen wahrscheinlich schon, wie die zweite Schaltungsart aussieht. Hier ist ein bekanntes Beispiel. Die Lampen dieser Christbaumbeleuchtung sind alle hintereinander geschalten. Man spricht von einer Serienschaltung. Ein und derselbe Strom muss durch alle diese Lampen fließen. Wenn ich jetzt eine Lampe herausdrehe, dann öffne ich quasi einen Schalter und alle müssen ausgehen. Ich probiere das. Ja, richtig. Ich möchte jetzt auch die Aufschrift auf dieser Lampe lesen. 15 Volt. Nachdem es sich um 15 Lampen handelt, und 15 mal 15 ergibt 225, gehe ich davon aus, dass sich diese Lampen die Spannung untereinander aufteilen. Wir schauen uns jetzt diese beiden Schaltungsarten einzeln an und betrachten zuerst die Serienschaltung zweier Widerstände. Wir haben hier einen unverzweigten Stromkreis. Er beginnt hier bei dem Netzgerät. Dann haben wir einen Ampermeter, einen Widerstand mit 220 Ohm. Ein weiteres Ampermeter, einen Widerstand mit 330 Ohm. Im Augenblick fließt ein Strom von 10 mA bei einer Spannung von 5,5 Volt. Ich verdopple die Spannung auf 11 Volt. Und jetzt fließt ein Strom von 20 mA. Wir haben also zwei Ergebnisse. Erstens, in einem unverzweigten Stromkreis ist überall die Stromstärke gleich. Zweitens, beide Widerstände zusammen wirken wie ein gemeinsamer Widerstand. Und seinen Wert können wir berechnen. Er beträgt R0 gleich 11 Volt dividiert durch 20 mA. Das ergibt 550 Ohm. Und das ist gerade die Summe der beiden Widerstände. Als nächstes möchte ich Ihnen einen Begriff nahe bringen, der etwas schwierig ist, den wir auch ansatzweise früher schon verwendet haben. Ich meine den sogenannten Spannungsabfall. Denken Sie jetzt nicht an Müll, sondern eher an die Höhendifferenz bei einem Wasserfall. In diesem Modellexperiment ist an diesem Streifen aus leitfähiger Kunststofffolie eine Spannung von 20 Volt angelegt. Es fließt ein geringer Strom von etwa einem Zehntel Milliampere. Wenn ich nun mit einem Voltmeter die halbe Streifenlänge abgreife, so, dann messe ich als Teilspannung die halbe Gesamtspannung. Sie erinnern sich vielleicht an meinen Versuch mit der Flammensonde im homogenen Feld eines Plattenkondensators. Diese Teilspannung nennt man Spannungsabfall. Interessant wird es nun, wenn wir die Serienschaltung zweier verschiedener Widerstände betrachten. Dieser schmälere Streifen ist genauso lang wie der breitere Streifen, aber er stellt trotzdem einen größeren Widerstand dar, weil seine Querschnittsfläche kleiner ist. Wenn ich an diesem jetzt die Teilspannung messe, dann erhalte ich mehr wie die halbe Gesamtspannung. Merken Sie sich also, in einer Serienschaltung fällt am größeren Widerstand die größere Teilspannung ab. Was ist die tiefere Ursache dafür? Nun, entscheidend ist im Serienkreis, dass überall die gleiche Stromstärke herrscht. Der Gesamtstrom I0 direkt nach der Elektrizitätsquelle ist gleich der Stromstärke I1 durch den ersten Widerstand und gleich der Stromstärke I2 durch den zweiten Widerstand. Außerdem ist klar, dass die beiden Teilspannungen U1 und U2, die an den beiden Widerständen abfallen, zusammen die Gesamtspannung U0 ergeben. So, und nun treiben wir ein bisschen Formel-Hokuspokus. Das Ohmsche Gesetz gilt für jedes Bauteil mit konstantem Widerstand. Also, R1 gleich U1 durch I1 und R2 gleich U2 durch I2. Ich kann aber auch beide Widerstände als Einheit betrachten. Dann gilt auch R0 gleich U0 durch I0. Dreimal umgeformt erhalten wir Das setzen wir in die obere Gleichung ein. Jetzt nützen wir aus, dass alle Ströme gleich sind. R0 mal I0 gleich R1 mal I0 plus R2 mal I0. Wir dividieren die gesamte Gleichung durch den gemeinsamen Faktor aller Produkte, durch I0, und erhalten unsere Vermutung bestätigt. R0 gleich R1 plus R2. Diese drei Regeln geben uns Auskunft über die Ströme, die Spannungen und die Widerstände in einem Serienkreis. Ich suche noch eine vierte Regel, die über den Zusammenhang von Teilwiderstand und Teilspannung Auskunft gibt. Wir starten mit der Gleichung I1 gleich I2. Nun wenden wir für jede Seite getrennt die Widerstandsformel an. Und schon haben wir das Ergebnis U1 dividiert durch R1 gleich U2 dividiert durch R2. Mit einer weiteren Umformung erhalten wir die erwartete Formel U1 durch U2 gleich R1 durch R2. Die Teilspannungen verhalten sich so wie die Widerstandswerte. Je größer der Widerstand, desto größer ist die an ihm abfallende Spannung. Wir wollen nun diese Gesetzmäßigkeiten am Experiment prüfen. Dass die Stromstärke in diesem Serienkreis überall gleich ist, haben wir schon gesehen. Zusätzlich werden jetzt die beiden Teilspannungen gemessen, die an den beiden Widerständen abfallen. Bei einer Gesamtspannung von 5 Volt fällt an dem ersten Widerstand eine Spannung von 2 Volt ab und am zweiten eine Spannung von 3 Volt. Wenn ich die Spannung verdopple auf 10 Volt dann fällt am ersten Widerstand eine Spannung von 4 Volt ab und am zweiten eine Spannung von 6 Volt. Beide ergeben also immer zusammen die Gesamtspannung und außerdem sehen wir, dass sich die Teilspannungen wie 2 zu 3 verhalten und das ist genau das Verhältnis der beiden Widerstände 220 Ohm zu 330 Ohm. Können Sie jetzt folgende Übungsaufgabe lösen. Ich habe hier einen einfachen Serienkreis aus einem kleinen Glühlämpchen und einer normalen Haushaltsglühlampe. Darf ich beide zusammen an 230 Volt anschließen? Was meinen Sie? Na, wenn ich so frage, dann funktioniert es auch. Aber wissen Sie auch, wie ich diese beiden Lampen ausgewählt habe? Ich habe mir ein Glühlämpchen für 7 Volt vorgegeben. Dann bleiben für die Haushaltsglühlampe 223 Volt. Das sind unbedeutende 3% weniger wie normal. Jetzt berechne ich den Widerstand des Glühlämpchens. Bei normaler Helligkeit fließen durch das Glühlämpchen 0,3 Ampere daraus folgt, sein Widerstand ist 7 Volt durch 0,3 Ampere gleich 23 Ohm. Die richtige Haushaltsglühlampe finde ich nun ganz einfach. Ich muss nur beachten, dass die Stromstärke durch die Haushaltsglühlampe gleich ist der Stromstärke durch das Glühlämpchen. Gleich 0,3 Ampere. Daraus folgt für die Leistung der Haushaltsglühlampe gleich 223 Volt mal 0,3 Ampere gleich 67 Watt. Ich nehme nun den Wert, der diesem am nächsten kommt. Das ist eine 60 Watt Lampe. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Parallelschaltung zweier Widerstände. Wir haben mit unseren beiden Widerständen von vorhin eine ganz andere Schaltung aufgebaut. Ausgehend vom Netzgerät verläuft der Stromweg zuerst durch ein Ampermeter, das den Gesamtstrom misst, dann zu einem sogenannten Verzweigungsknoten. Hier spaltet sich der Gesamtstrom auf. Der erste Stromweg verläuft durch diesen Widerstand mit 220 Ohm, dann zu einem Ampermeter, das den Teilstrom misst, zurück zum Netzgerät. Der zweite Stromweg geht durch den 330 Ohm Widerstand, dann durch ein weiteres Ampermeter, das diesen Teilstrom misst, zurück zum Netzgerät und hier finden wir den zweiten Verzweigungsknoten. Selbstverständlich gilt für diesen Stromkreis, dass sich die Teilströme zum Gesamtstrom addieren. Bei einer Gesamtspannung von 6,7 Volt haben wir hier 20 Milliampere, hier 30 macht 50 Milliampere. Ich verdopple jetzt die Gesamtspannung. Ja. Dann haben wir hier 40 Milliampere, hier 60 Milliampere macht 100 Milliampere. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass sich die Teilströme wie 2 zu 3 verhalten. Und das ist umgekehrt wie bei unseren Widerständen. 220 Ohm zu 330 Ohm. Wir können für diesen Parallelkreis wieder vier Regeln aufstellen und die ersten beiden Regeln sind besonders einfach. Die Spannungen U1 und U2 an den Widerständen sind natürlich gleich der Gesamtspannung U0. Und der Gesamtstrom ist die Summe der Teilströme. Auf die zweite Regel wenden wir wieder dreimal unabhängig voneinander die Formel für den konstanten Widerstand an. Dann erhalten wir nach Umformungen I0 gleich U0 durch R0 I1 gleich U1 durch R1 I2 gleich U2 durch R2 Dann ergibt sich insgesamt U0 durch R0 gleich U1 durch R1 plus U2 durch R2 Wir nützen aus, dass alle Spannungswerte gleich sind U0 durch R0 gleich U0 durch R1 plus U0 durch R2 Nun können wir die gesamte Gleichung durch den gemeinsamen Zähler aller Brüche dividieren und erhalten 1 durch R0 gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 Wir haben wieder je eine Regel für Spannung, Strom und Widerstand Nun fehlt noch der Zusammenhang zwischen den Widerständen und den Teilströmen Dazu beginnen wir mit U1 gleich U2 Zweimal unabhängig die Widerstandsformel angewendet liefert I1 mal R1 gleich I2 mal R2 Etwas umgeformt erhalten wir I1 durch I2 gleich R2 durch R1 Die Teilströme verhalten sich umgekehrt wie die Widerstände Für elektrische Schaltungen mit mehreren Widerständen gibt es eine Vielzahl technischer Anwendungen Besonders wichtig ist ein sogenanntes Potentiometer Das ist ein Widerstand bei dem ein Schleifkontakt auf beliebige Zwischenwerte des Gesamtwiderstandes eingestellt werden kann Ich stelle es jetzt etwa auf die Mitte Ich lege jetzt zwischen den äußeren Kontakten eine Spannung von 12 Volt an Zwischen einem der äußeren und dem mittleren Schleifkontakt schalte ich ein Voltmeter an Es zeigt jetzt etwa die Hälfte der Gesamtspannung 6,3 Volt Nun kann ich die Stellung des Schleifkontakts variieren und variiere so die Größe der Teilspannung Ich ersetze nun das Voltmeter durch eine Glühlampe und erhalte damit eine neue Schaltung Ich kann jetzt mit dieser Schaltung das Glühlämpchen beliebig dimmen So eine Schaltung nennt man Spannungsteilerschaltung Auch bei meinem zweiten Anwendungsbeispiel verwende ich diese Spannungsteilerschaltung An die Gesamtspannung von 12 Volt ist in Serie ein lichtempfindlicher Widerstand ein sogenannter LDR und dann ein Drehpoti angeschlossen Ich verwende dieses Drehpoti als veränderlichen Widerstand und damit kann ich die Teilspannung die am LDR abfällt auf einen Wert von etwa 5 Volt justieren und damit habe ich diese Schaltung an die Beleuchtung hier im Studio angepasst Wenn ich nun den LDR abdunkle dann steigt sein Widerstand und damit steigt die Spannung die an ihm abfällt Ich habe jetzt eine Schaltung die die Raumbeleuchtung registriert und zwar über den Widerstand dieses LDRs und umwandelt in einen Spannungswert Und das braucht man in der Elektronik sehr häufig entweder um diese Spannungswerte aufzuzeichnen oder um sie zu verwenden um damit eine weitere elektronische Schaltung zu steuern Ich möchte jetzt mithilfe eines sogenannten Feldeffekttransistors eines FET-FITs eine Lampe steuern Dazu muss ich diese gemeinsame Anordnung an die Gesamtspannung anschließen hier an den Minuspol und hier an den Pluspol und zusätzlich muss ich die Steuerelektrode des Transistors an die Spannung des lichtempfindlichen Widerstands anschließen Die Funktionsweise eines Transistors können Sie sich folgendermaßen vorstellen Ein Transistor ist ein veränderlicher Widerstand Sein Widerstandswert hängt von der Spannung an der Steuerelektrode ab Bei diesem Transistor ist es so dass er bei einer Spannung von 5 Volt noch sperrt und damit die Lampe dunkel bleibt Wenn ich nun hier im Studio simuliere dass es dunkel wird und den LDR abdunkle dann steigt die Spannung am LDR der Transistor schaltet durch wird ein kleiner Widerstand und die Lampe leuchtet Das hier ist eine Schaltung bei der der Transistor als elektronischer Schalter verwendet wird Sie wissen aber dass man Transistoren auch bei Verstärkerschaltungen verwendet Auch das kann ich Ihnen hier zeigen Dazu brauche ich ein zweites Voltmeter und mit diesem messe ich die Spannung an der Glühlampe Im Augenblick ist die Spannung an der Glühlampe fast null Wenn ich den LDR abdunkle und dabei die Spannung am LDR um etwa 3 Volt steigen lasse dann steigt die Spannung am Glühlämpchen auf 12 Volt Wir haben hier eine Spannungsverstärkung um über einen Faktor 4 So funktioniert im Prinzip eine Verstärkerschaltung Sie können sich vorstellen dass es sehr kompliziert ist in so einer Schaltung alle Teilströme und alle Teilspannungen auszurechnen In der Netzwerktechnik arbeitet man hier mit den sogenannten Kirchhoff-Regeln Da gibt es einmal die Knotenregel Sie besagt an jedem Verzweigungsknoten ist die Summe der hinfließenden Ströme gleich der Summe der wegfließenden Ströme Das ist klar weil sonst in den Knoten Elektronen verschwinden oder erzeugt werden müssten Dann gibt es noch die Maschenregel Addiert man alle Teilspannungen auf beliebigen Stromwegen von einem Pol der Stromquelle zum anderen so erhält man stets die Gesamtspannung Auch diese Regel ist leicht verständlich Die Gesamtspannung beschreibt die Gesamtenergie die ein Elektron beim Weg vom Minus zum Pluspol erhält Dabei ist der spezielle Stromweg egal Ein Netz von Hochspannungsleitungen durchzieht ganz Europa Für diesen internationalen Energietransport verwendet man ganz unterschiedliche Materialien Die Leitungen selbst sind aus Aluminium-Drähten geflochten Aluminium ist leichter und preisgünstiger als Kupfer Die etwas schlechtere Leitfähigkeit wird durch einen etwas größeren Querschnitt ausgeglichen Damit die Leitungen die enormen Zugbelastungen aushalten haben sie ihnen als Kern ein Stahlseil Die Leitungen und die Haltemasten müssen voneinander elektrisch isoliert sein Bei Spannungen bis zu 380.000 Volt müssen dafür große Porzellanzylinder dazwischen geschraubt werden Für die Befestigung sind in das Porzellan an beiden Seiten kräftige Metallösen eingegossen Der Widerstand eines elektrischen Leiters hängt sicherlich von seiner Länge und seiner Querschnittsfläche ab aber noch deutlicher von der verwendeten Materialsorte Dafür gibt es eine Formel die wir nun herleiten werden Betrachten wir einen Leiter mit einer quadratischen Querschnittsfläche eine Länge von einem Quadratmillimeter und einer Länge von einem Meter Bei Kupfer ist der Widerstand dieser Probe 17 Milliohm Bei Aluminium beträgt der Widerstand der Probe 26 Milliohm Diese Unterschiede zwischen reinen Metallen sind relativ klein Vergleichen Sie dazu zum Beispiel die Werte hochgradiger Metallligierungen wie Chrom-Nickel-Stahl mit 1,1 Ohm oder die Legierung Konstantan mit 0,5 Ohm Der Name Konstantan kommt von der besonderen Eigenschaft dass sich der Widerstand dieser Legierung fast gar nicht mit der Temperatur ändert Jetzt bleiben wir bei einer beliebigen Materialsorte Wenn man mehrere gleiche Probenstücke hintereinander legt wie ändert sich dann der Gesamtwiderstand Denken Sie an die Serienschaltung mehrerer gleicher Widerstände Klar, bei drei Proben verdreifacht sich der Gesamtwiderstand Also ist der Leiterwiderstand R proportional zur Leiterlänge L Wenn man nun mehrere gleiche Probenstücke nebeneinander legt wie ändert sich dann der Gesamtwiderstand Denken Sie einfach an die Parallelschaltung mehrerer gleicher Widerstände Bei vier Proben wird der Gesamtwiderstand auf ein Viertel reduziert Damit erhalten wir das Ergebnis Der Widerstand ist indirekt proportional zur Querschnittsfläche A Nun fassen wir die Teilergebnisse zusammen Der Widerstand R ist proportional zum Quotienten aus Länge durch Querschnittsfläche Wir führen einen Proportionalitätsfaktor Rho ein Und dieser beschreibt genau, welches Material wir verwendet haben Um das zu sehen, lösen wir nach Rho auf Rho ist gleich R mal A durch L Die Einheit von Rho ist üblicherweise Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter Rho in dieser Einheit sagt also, welchen Widerstand in Ohm eine Probe mit einer Querschnittsfläche von einem Quadratmillimeter und einer Länge von einem Meter hat Das sind genau die Zahlen, die wir vorhin aufgelistet haben Eine technisch bedeutsame Anwendung für diese Formel ist der sogenannte Dehnungsmessstreifen Wir haben ihn schon in einer früheren Sendung verwendet Und zwar haben wir mit diesem elektrischen Kraftsensor die Kolokraft bestimmt Und so sieht ein Dehnungsmessstreifen aus Er ist folgendermaßen aufgebaut Eine dünne Konstantanfolie wird in diese Meanderform geschnitten Und dann fest auf einen Kunststoffträger aufgebracht Ich habe diesen Dehnungsmessstreifen auf eine Spachtel aufgeklebt Und werde später damit Messungen durchführen Es gibt diesen Dehnungsmessstreifen auch in anderen Größen und für ganz spezielle Anwendungen Und hier habe ich dazu einen Modellversuch Diese elektrisch leitende Kunststofffolie stellt die Konstantanfolie dar Das Plexiglas darunter, den Kunststoffträger und zugleich das Material, auf dem der Dehnungsmessstreifen aufgeklebt wurde Der Widerstand beträgt im Augenblick 165 Kiloohm Wenn ich nun diesen Dehnungsmessstreifen biege, dann erhöht sich hier dieser Widerstand Das können wir uns erklären, wenn wir die Formel betrachten Die Formel lautet Widerstand ist gleich Materialkonstante mal Länge dividiert durch Querschnittsfläche Bei dieser Biegung hier wurden diese Streifen etwas länger und der Querschnitt gleichzeitig etwas zusammengezogen Beide Effekte verstärken sich und erklären die Widerstandserhöhung Ein ähnliches Experiment mache ich jetzt mit meinem Dehnungsmessstreifen Hier messe ich den Widerstand Er beträgt im Augenblick 121 Ohm Wenn ich nun den Dehnungsmessstreifen dehne, dann erhöht sich der Widerstand Und wenn ich ihn stauche, dann sinkt sein Widerstand Man kann einen Dehnungsmessstreifen also als Sensor für Biegungen und Stauchungen und Dehnungen und kleine Längenänderungen verwenden Und wenn man die Materialeigenschaften kennt oder wenn man vorher eine Eichung durchgeführt hat Dann kann man auf diese Weise auch einen elektronischen Kraftsensor bauen Hier sind die Dehnungsmessstreifen aufgebracht Zum Schluss der Sendung möchte ich noch einmal auf die Materialabhängigkeit des Widerstandes zu sprechen kommen Auf einer Achse werden die Widerstände von Materialproben mit je einem Querschnitt von einem Quadratmillimeter und einer Länge von einem Meter aufgetragen Alle guten elektrischen Leiter haben dann Werte zwischen einem Hundertstel und wenigen Ohm Halbleiter wie Silizium und Germanium haben Werte um eine Million Ohm Nach reinem Wasser kommen dann die Isolatoren wie zum Beispiel Styropor und Porzellan Das ergibt ein gewaltiges Spektrum von Größenordnungen Aber das ist noch nicht alles Links von den Leitern könnte man die Supraleiter eintragen Bei diesen ist der Widerstand praktisch gleich Null Ich habe hier eine Probe eines sogenannten Hochtemperatur-Supraleiters Dieses Material wurde erst 1986 entdeckt An der Seite sehen Sie einen Temperatursensor Und die Temperatur dieser Probe wird mit diesem Gerät angezeigt Sie beträgt im Augenblick 33 Grad Celsius Durch diese Probe fließt ein konstanter Strom von 250 Milliampere An der Probe finden sich zwei weitere Kontakte Dort wird der Spannungsabfall an der Probe gemessen Wenn Sie die Formel für den Probenwiderstand umformen nach dem Spannungsabfall dann erhalten Sie U-Probe gleich I konstanter Strom mal den Probenwiderstand Und damit sehen Sie, dass dieser Spannungsabfall ein direktes Maß für den Widerstand der Probe darstellt Diese Spannung wird verstärkt und mit diesem Gerät angezeigt Der angezeigte Wert verdeutlicht, dass dieser Supraleiter bei Zimmertemperatur ein ganz normaler Leiter ist Ich verschließe jetzt die Probe und tauche sie dann in flüssigen Stickstoff ein Flüssiger Stickstoff hat in etwa eine Temperatur von minus 200 Grad Celsius Wir haben diesen Versuch vorab aufgezeichnet und lassen ihn nun beschleunigt ablaufen Zunächst sinkt der Widerstand der Probe kontinuierlich So verhält sich auch ein metallischer Normalleiter Je tiefer die Temperatur, desto kleiner der Widerstand Bei der sogenannten Sprungtemperatur von etwa minus 181 Grad Celsius passiert etwas Besonderes Plötzlich ist der Widerstand auf den Wert 0 gesprungen Jetzt handelt es sich bei der Probe wirklich um einen Supraleiter Bei Supraleitern fließt der Strom ohne Widerstand Demnach könnten sie elektrische Energie ohne Verluste transportieren Bei diesen Hochtemperatur-Supraleitern wäre die Kühlung mit flüssigem Stickstoff unproblematisch Aber bisher ist es noch nicht gelungen aus diesem spröden Material Drähte zu formen Bei den schon lange bekannten Tieftemperatur-Supraleitern hat man Drähte aber es ist diese teure Kühlung mit flüssigem Helium erforderlich Wir werden sehen, was die technische Zukunft bringt Auf Wiedersehen! Die Musik von Rosne Scheinen Die Musik von Rosne Die Musik von Rosne